Die Weste meiner Hand fesseln. Mehrere Seilstücke, alle zwischen ein und zwei Meter lang. Stoffballen. Okay, können wir jetzt mit dem Fenster irgendwas machen? Können wir das irgendwie aufreißen oder so? Die Fenster sind mit schweren Brettern vernagelt. Hier komme ich nicht raus. Kleiderstände. Die Idee bei dem Ding ist wohl, dass man Anzüge oder Uniform oder sowas drüberhängt, damit sie nicht verknittern. Vielleicht bürstet man sie auf dem Ding auch ab. Ja, aber können wir das nicht mitnehmen und dann die Scheibe da einschmeißen? Mal sehen, was sich dahinter versteckt. Interessant. Ein Stammbaum. Vielleicht gibt er mir Hinweise darauf, wo ich... Da, ganz oben. Samuel und Catherine Gordon. Dann ist das der Stammbaum der Gordons. Dann gehört auch dieses Haus einem Gordon. Stecken sie hinter der ganzen Sache? Oh wei, die kommen doch jetzt bestimmt schon wieder mal. Der Stammbaum der Familie Gordon. Beginnend mit Marcus und Mordred bis hinauf zu Samuel und Catherine Gordon. Eine jahrhundertealte Familiengeschichte. Voller Mord und Leid. Können wir da nicht irgendwie... Bilder. Was haben wir denn da drauf zu sehen? Zwei Landschaftsbilder. Das eine zeigt eine kleine Stadt im Grünen, das andere ein Moor. Können wir jetzt raus? Ein Flur mit einer Treppe am Ende. Unten läuft ein Kinderprogramm im Fernsehen. Da ist eine alte Dame. Kann ich etwas für dich tun, Samuel? Was zum Teufel war das denn? Da ist doch dieser Bobby, oder wie der hieß. Hallo? Ja, wir sind angekommen. Tom, es ist schön hier. Alles genau, wie Sie gesagt haben. Nein? Tom ist einkaufen gefahren. Ja, Tom hat ihn festgemacht. Mit Bändern. Ich weiß, der Mann war nicht so nett zu mir. Aber ich finde es nicht gut, dass er nicht weg darf. Hä? Ja, ich pass auf. Tschüss. Sie haben ihm doch geholfen. Ich glaube, ich drehe langsam durch. Da war eine Frauenstimme. Sie nannte mich Samuel. Und ich habe Musik gehört. Ich muss mich jetzt echt zusammenreißen. Da unten sitzt Bobby. Und Tom ist auch in der Nähe. Die beiden haben mich entführt. Im Auftrag von jemandem, der dieses Haus kennt. Aber wo zum Teufel bin ich hier? Und viel wichtiger, wie komme ich wieder weg? Oha. Können wir doch jetzt irgendwie mit der Puppe das hier einreißen oder so. Sieht mir nicht so aus, als könnte ich die Bretter lösen. Gar nichts. Als wären sie für die Ewigkeit befestigt worden. Ähm, okay. Balken. Freiliegende Deckenbalken. Ziemlich rustikal, das Ganze. In dem Regal steht einiger Kram. Vermutlich haben sich Mäuse daran ausgelassen. In einigen Sachen sind Löcher. Ja, den Stoffballen konnten wir ja nicht mitnehmen. Hm. Diese Stelle in der Wand sieht irgendwie seltsam aus. Vielleicht ist das hier so eine Art Geheimrutsche oder irgendwie sowas. Ein Geheimfach. Nanu? Kinderspielzeug. Ein Kinderauto. Nichts weiter als Kinderspielzeug. Hier muss sich ein Kind ein Lager angelegt haben. Hä? Der Stoff ist so stramm verschnürt, dass er bretthart geworden ist. Wiegt gut 30 Kilo, das Ding. Der Stoff ist so stramm... Hm. Das Feuer ist aus. Allzu lange hätte es wohl ohnehin nicht mehr gebrannt. Warum kann ich hier so viel anklicken, damit nichts machen? Hübsch. Hässlich. Das Ding hing garantiert nicht immer hier. Eigentlich gehört sowas in einen Saal oder einen Salon. Vermutlich wurde es irgendwann ausgemustert und hier verstaut. Ist da noch mehr drin? Ich habe schon das Spielzeugauto mitgenommen. Mehr von dem Zeug brauche ich nicht. Ich war zuvor noch nie hier. Aber dieser Raum da unten, der kommt mir irgendwie bekannt vor. Bobby sitzt immer noch vor dem Fernseher. Ich komme an ihm nicht unbemerkt vorbei. Ja, wir müssen ihm irgendwie so ein Auto geben oder so. Aber warum hat Bobby gesagt, dass wir nicht nett zu dem waren? Das raffe ich nicht. Ein Kopf? Man kann, glaube ich, seine Perücken da draufsetzen, damit sie sich nicht verformen. Den kann ich gut gebrauchen. Äh, hält nicht. Die gehören wohl nicht zusammen. Schade. Ein großes weißes Laken. Riecht etwas muffig. Kein Wunder. Es hat jahrelang die Möbel vor Staub bewahrt. Hm. Nein, das würde wohl so nichts bringen. Hm. Können wir den hier drauf platzieren? Ah, so eine Art Attrappe, dass wir hier wohl noch angeblich sitzen oder so. Warum sollte ich die Kleiderpuppe festbinden? Die wehrt sich bestimmt nicht. Hm. Vielleicht dann hätte es so ausgesehen, als ob wir da sitzen. Immer noch gefesselt oder so. Wackelt etwas. Aber die Stuhllehne stützt den Kopf. Die Form entspricht schon mal der eines Menschen. Aber auch Bobby ist nicht blind. Er wird sofort erkennen, dass nicht ich auf dem Stuhl sitze. Hm. Gar nicht schlecht. Auf den ersten Blick könnte man wirklich glauben, ein Mensch säße dort unter dem Laken. Dürfte den guten Bobby zumindest irritieren. Auf den ersten Blick könnte man... Bobby sitzt immer noch vor dem Fernseher. Mhm. Aber wo könnten wir so lange hin? Wo könnten wir uns verstecken? Freiliegende Deckenbalken. Ziemlich rustikal, das Ganze. Zu kurz. Und ein Seil? Aber wofür das Ganze? Der Stoff ist so stramm verschnült. Das Seil liegt über dem Balken. Der müsste stark genug sein, um so ziemlich jedes Gewicht zu tragen. Auf den ersten Blick könnte man... Zu kurz. Das Seil liegt über dem Balken. Ja, ja. Der müsste stark genug sein, um so ziemlich jedes Gewicht zu tragen. Ah, ich konnte doch das Seil anklicken. Habe ich nur nicht gesehen. Ich knote das Seil um einige der Bindfäden. So. Das Seil ist am Ballen befestigt und liegt über dem Balken. Sieht vielversprechend aus. Mhm. Und jetzt kann man da dran ziehen. Mal sehen. Das funktioniert schon mal. Können wir das jetzt irgendwie hochheben? Irgendwie muss ich meinen gewissenhaften Wächter in den Raum locken. Mhm. 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 Okay, jetzt gilt es schnell zu handeln. Hallo? Alles okay? Sorry, Bobby. Nichts Persönliches. So, und nun weg hier. Aber wo sind eigentlich meine ganzen Sachen? Ich brauche meine Kamera. Okay, das speichern wir aber nochmal wieder ab. Ich habe nämlich Angst, dass hier gleich irgendwie das Feder abstürzt oder so. Er ist immer noch bewusstlos. Und gefesselt. Tja. So ist das, wenn man sich mit uns anlegt, liebe Freunde. Hoffen wir, dass Tom nicht ausgerechnet jetzt vom Einkaufen zurückkommt. Und dass es nicht allzu weit bis zum nächsten Ort ist. Ja, das hoffe ich auch. Kann man das jetzt wieder mitnehmen? Das Auto scheint den Sturz gut überstanden zu haben. Können wir den mitnehmen? Bobby muss ein Butterbrot gefüttert haben. Da liegt noch das Einwickelpapier. Können wir das gebrauchen? Alles mitnehmen, was wir kriegen können, liebe Leute. Wer weiß, wie viele schlechte Zeiten wir jetzt wieder haben werden. Das ist ein ziemlich altmodisches Mobiltelefon. Die aktuellen wiegen nur noch gut ein halbes Kilo und sind höchstens 20 Zentimeter lang. Können wir trotzdem mitnehmen? Ich könnte die Polizei anrufen. Klar, aber was soll ich denen sagen? Hilfe, Hilfe. Ich wurde entführt und sitze nun in einem Haus irgendwo in England? Oder vielmehr vermutlich irgendwo in England. Nach allem, was ich weiß, kann ich auch in Dänemark oder Indien sein. Ich brauche erstmal weitere Informationen. Okay. Kamin. Truhe. Können wir die öffnen? Wahrscheinlich nicht bei unserem Glück. Eine aufwendig geschnitzte Holztruhe. Ob darin meine Sachen sind? Verschlossen. Wäre ja sonst auch zu einfach gewesen. Das Schloss im Deckel lässt vermuten, dass sich der Deckel nicht einfach öffnen lässt. Ab. So ist es. Ich schätze, die Truhe ist nicht so alt, wie sie auf den ersten Blick ist. Man muss die richtige Kombination aus drei Ziffern eingeben. Nur, wie lautet sie? Okay. Das heißt, wir müssen jetzt hier erstmal... Oh Gott, Porträt, Banner, Hirschkopf. Oh, leck, oh mio. Jo, dann fangen wir mal hier mit dem Flügel vorne an. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Kombinationen. Das Klavier scheint mir mindestens 100 Jahre alt zu sein. Mom hätte ihre Freude daran. Sie kann, konnte gut Klavier spielen. Sie kann, konnte gut Klavier spielen.